Ja, hallo und herzlich willkommen zu Trend17TV. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und wir sind auf der Suche nach der Schlüsselkarte, um endlich Ellie da oben wieder, da haben wir noch ein bisschen Loot, wieder entgegennehmen zu können, die immer noch oben am Aufzug wartet. Oh, hier ist jede Menge, kann ich immer wieder ein bisschen was herstellen hier, auf jeden Fall erstmal ein Midi-Pack, das ist immer eine gute Sache, Messer kann ich noch nicht herstellen, da bin ich leider mit voll, Gewehrmunition auch, ne, 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 ich will meine Wumme haben. Ich hoffe dann, ich finde hier irgendwann nochmal, das muss irgendwo in einem Büro komplex sein, hier bin ich jetzt runtergegangen, muss hier irgendwo diese blöde Schlüsselkarte sein. Da waren wir eben, ich mach jetzt mal wieder Licht an hier. Ne, hier ist definitiv nix. Dann kann wir hier wieder hoch. Ich hoffe, die haben wir nicht in irgendeinem Level vorher vergessen, weil dann haben wir hier jetzt echt ein Problem. Oh, hier haben wir auch schon alles abgegrast. Hier kann man nicht tauchen, da kann man nicht vorbei, alles voll Geröll. Hier haben wir den Loot abgegriffen, ne, also hier unten ist definitiv nix. Sorry Leute, das ist ein bisschen länger. Ach, hier, 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 hier. Da ist der Generator. Den müssen wir anschmeißen. Und dann gibt's gleich ordentlich Krach und dann kommen die Zombies wieder. Ei, ei, ei. Gleich, gleich, gleich geht das erstmal ab hier. Ach, verdammt. Schnell hoch hier wieder. Jetzt geht, jetzt geht bestimmt gleich die Luzi ab hier. Licht aus. Oh, richtig schön Headshot, ey. Der war geil, der Headshot. Haben wir hier. Die kommen immer angerannt. Das ist sowas von gemein hier. Wir haben jetzt immer noch keine Schlüsselkarte, aber scheinbar. Ne, wir haben immer noch keine Schlüsselkarte. Vielleicht gehen jetzt irgendwie mal die Aufzüge wieder. Das war auf jeden Fall wichtig, dass wir den Generator hier angemacht haben. Strom. Da ist auch nix. Die Schränke haben schon alle durchgeguckt hier. Da. Oh, krass, so mad, Alter. Hier ist bestimmt irgendwo die blöde Karte. Da. Da ist sie. Schlüsselkarte, endlich. So. Das hat doch mal geil geklappt hier. Jetzt müssen wir wieder. Da kommen bestimmt gleich noch mehr. Ich werde da schon wieder irgendwie... Aber jetzt den richtigen Weg wieder zurückfinden. Da hinten war das, ne? Da war irgendwo die... Ne. Das war ja wohl richtig geil eben. Hier, glaube ich, wieder raus, ne? Ich will auch nicht so viel Licht machen hier. Das sieht, glaube ich... Meine hier sind wir lang gewesen. Exit. Was ist hier? Genau, da ist die Tür. Och, endlich. Meine Güte. So, geh rein. So, hoch mit dir. Jetzt brauche ich erstmal eine kleine Erholungspause hier. Meine Güte. Ja, das wird Zeit. Ich habe, glaube ich, auch nur noch eine Schrotflintenkugel hier. Ich brauche unbedingt mal wieder... Nämlich erstmal lieber die... Pistole. Mit einer Kugel kann ich auch nicht viel anfangen hier. Ne, ne, ne. Da verlassen wir uns nicht drauf hier. Hier ist auch noch was. Ich brauche unbedingt... Da ist noch was. Alles her. Alles her. Können wir schon wieder was machen hier. Gucken wir... Irgendwas hier zu verbessern? Auch nicht. Nicht wirklich. Mal gucken, was ist denn wichtiger. Sprengstoff. Nagelbombe. Rauchbombe. Na, ich behalte das erstmal noch zur Sicherheit. Ist hier noch was? Oh, da ist... Das ist voll schade. Hier nochmal reingucken. Oh ja. Ist auch noch was. Ein paar Pillen. Da ist noch eine Schublade. Jawohl. Jawohl. Und da schauen wir nochmal. Da. Da gibt es die Fertigungszeit. Da können wir was verbessern. Sprengstoff. Sprengstoff. Messer ist auch nicht schlecht. So. Gut. Hier ist auch noch... Oh, eine Werkbank. Dann mal los. Kann man hier noch irgendwas verbessern? Sauer. Ah, hier können wir Schussfolge. Kann man nix machen. Auch nix. Vielleicht können wir bei der Schrotflinte nochmal... Oh, hier Schussfolge. Da geht nix. Da können wir nix machen. Schade. Bogen. Reichweite. Kann man auch nix machen. Auch nix. Okay. Dann haben wir die Sachen ja schon mal verbessert. So geht es doch. Jawohl. Das finde ich auch. Oh, jetzt langsam mal zu Elli. Sonst vertrocknet die da oben. Kann man nochmal im Dulli gehen hier. Oh, hier ist auch noch was. Oh ja, Pfeil und Bogen. Munition. Leider keine Schrotflinten-Munition. Die Flasche, die nehmen wir auch mal auf. Der nächste kriegt ne Flasche am Kopf. Haben wir hier noch was? Da waren wir drin, ne? Dann müsste es hier jetzt weitergehen. Sehr fein, sehr fein. Pistole. Oder Bombe. Ich nehm mal die Bombe, wa? Wie geil ist das denn? Eine schöne Nagelborde. Oh. Shit. Das sind schon wieder... Hast du was gehört? Ja, schau's auf, okay. Schönen Molotow-Cocktail. Ah ja. So, den haben wir schon mal. Das sind mindestens zwei. Die Flasche, die auch noch mal eben. Gucken. Aber das war jetzt nicht so. Ich wollte eigentlich die Flasche werfen. Oder Pistolenkugeln. Cool. Ist ja noch irgendwas an Loot. Schleichen wir uns hier mal. Oh ja, da ist noch was. Sehr schön. Da scheint wohl die Küche des Hauses hier zu sein. Ja, bitte. Da. Was war das? Was war das? Na, kommt der jetzt an hier? Da. Da ist er. Den haben wir schon mal. Den haben wir schon mal. Schönen Headshot. Nächster bitte. Da. Da ist er. Der müsste aufwächst sein vom Fenster. Auf jeden Fall. Ne, der ist immer noch nicht tot. So. Und kein Nut hinterlassen. Ganz tolle Sache. Das ist so wieder geizig hier mit ihrer. Mit ihren Kugeln. Aber diese Grafik ist einfach immer wieder. Ach. Ich komme da einfach nicht drüber weg. Es ist einfach zu geil. Da ist Loot. Sehr schön. Dieser Lichteinfall ist einfach sowas von genial. Ich denke mal, da müssen wir jetzt bestimmt hoch. Da müssen wir bestimmt hoch. Da würde ich meine...